Keiner will gerne viel Steuern zahlen, da erzähle ich euch nichts Neues. Die spannenden Fragen sind doch, wie sehen die Steuersätze nach der Wahl aus? Und wie verwenden die Politiker unsere Steuergelder? Außerdem, was passiert mit den Laufzeiten der Atomkraftwerke? Was passiert mit Deutschland, wenn wir im Winter 5 Millionen Arbeitslose haben? Wie lange werden wir noch in Afghanistan sein? Darüber debattieren heute Guido Westerwelle und Jürgen Trittin bei ihrer Wahl die SAT 1 Arena. Und ihr könnt mitmachen. Ganz einfach, geht auf www.sat1.de-wahl und beteiligt euch. Per Mail, per SMS oder per Twitter. Macht mit!